So, willkommen zu einer kleinen Zwischenausgabe hier aus Space Engineers Planeten, Übelst Planeten, ey. Mal ein kleiner, äh, ja, ich habe die Guilden ein bisschen in den Baum reingesteuert. Ja, ja. Gut, fangen wir an. Heute mit dabei, der Herr Prof. Bonus, der ein bisschen auch herum experimentiert. Wir fliegen mögen. Okay, ich versuch dir jetzt mal ein, ein atmosphärisches Päckchen zu schicken. Aber dazu muss ich erst einen selbst landenden Scheißdreck bauen, damit uns das Päckchen nicht einfach, äh, aufschlägt und kaputt ist. Ja, Päckchen, gut. Momentan Tag. Ich versuch, Gott. Okay. Ja. Ah! Ah! What's going on? What's going on? Ah! 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 Mach keinen Scherz! Ich weiß nicht wo ich bin Thomas Trimmer bitte die Boja auf Maximum! Schon geschehen! Ah! 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 Das kleine Ding, also die kleine Antende kann gerade mal 5 Kilometer weit senden. Äußerst wenig. Ach guck mal da ist das Mörderhorn. Oh schön, Berge. Ich versuche mal hier irgendwie zurück zu kommen. Glocken. Ich darf ein bisschen nach oben boostern. Da knacken die Booster. Da, alles klar. Okay, ich bin gleich im... Äh, da. Wir zurück. Okay. eine reise gestartet